Zug nach Freilassing. Nächster Halt, Next Stop, Salzburg Hauptbahnhof. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Umsteigmöglichkeit zum Stadt- und Regionalverkehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es wird aber auch im Untertitelung des ZDF, 2020 umsolle Stadion zu befassen. In Kürze erreichen wir Salzburg Hauptbahnhof. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Umsteigmöglichkeit zum Stadt- und Regionalverkehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Station Salzburg Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Zug nach Freilassing, nächster Halt, next stop Salzburg-Müllen-Altstadt, sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten Sie unbenützte Sitzplätze von Taschen oder Jacken freizuhalten, damit auch neu zugestiegene Reisende einen Platz finden. Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme. Umsteigmöglichkeit zum Stadtverkehr. Musik In Kürze erreichen wir Salzburg-Müllen-Altstadt. Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten Sie unbenützte Sitzplätze von Taschen oder Jacken freizuhalten, damit auch neu zugestiegene Reisende einen Platz finden. Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme. Umsteigmöglichkeit zum Stadtverkehr. Musik Station Salzburg-Müllen-Altstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Musik Zug nach Freilassing. Nächster Halt, next stop Salzburg-Eigelhof. Umsteigmöglichkeit zum Stadt- und Regionalverkehr. In Kürze erreichen wir Salzburg-Eigelhof. Umsteigmöglichkeit zum Stadt- und Regionalverkehr. Musik Station Salzburg-Eigelhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Musik Zug nach Freilassing. Nächster Halt, next stop Salzburg-Taxam-Europark. Umsteigmöglichkeit zum Stadtverkehr. Umsteigmöglichkeit zum Stadtverkehr. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 In Kürze erreichen wir Salzburg-Daxam-Europark. Umsteigmöglichkeit zum Stadtverkehr. Station Salzburg-Daxam-Europark. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Station Salzburg-Daxam-Europark. Zug nach Freilassing. Nächster Halt, next stop Salzburg-Liefering. Station Salzburg-Daxam-Europark. In Kürze erreichen wir Salzburg Liefering. In Kürze Station Salzburg-Liefering. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zug nach Freilassing. Nächster Halt, Next Stop, Freilassing. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Sollte, Next Stop, Freilassing. 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 Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Sollte, Next Stop, Freilassing. Untertitelung des ZDF, 2020 Station Freilassung Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Endstation, bitte alle aussteigen Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen